...Supergasse hier bei der Siegerehrung einfinden, unser Ehrenvorstand Karl-Heinz Stefani und gemeinsam mit unserem Ehrengast Klaus Jecke, stellvertretender Landrat, werden die Sieger ehren. Wenn ein Mädel mit dabei ist, dann möchte ja der Heinz eine Busse geben, aber ich glaube, das wird nichts. Die werden dann freiwillig verzichten, aber sie werden geehrt. Es soll eine Siegerehrung sein. Es soll keine Strafe sein, es soll eine Ehrung sein. Könnt's dir aus? So, wir freuen uns auf die supergasse Karosserie. Perfekte Rennautos. Und da geht's aber los dann. Eins zu. Hörst du das? Sprech, probier. Hörst du. Boah. Oh, Schatz. Jetzt mal, ich stehe nicht nur, wo es rauskommt. Ist doch... ...Groß. 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 Was ist das? Wir haben jetzt das Ergebnis vom letzten Lauf, vom Lauf Nummer 6, unverbaut bis 1800. Platz Nummer 7 belegte die Startnummer 40, Robert Heubl, Platz Nummer 6, die Startnummer 722, Tobias Reitmeier aus der Hofen, Platz Nummer 5, Startnummer 797, Manuel Uhlmeier von den Red Stars. Dann kommt eine Serie, und zwar 1024, der Heubl Bernhard vom SCC Gergweis, 1007, der Bauer Johann, SCC Gergweis, zweiter wurde 1008, Bauer Marco, SCC Gergweis, der Name Bauer bürgt für Qualität. Und erster, ja, so wie gar nicht gesperrt, bitte Zufall sperren, die Fahrzeuge stehen standbereit hier vor der Ampel, und jetzt, jetzt gibt es einen heißen Riss. Aha, da kommt noch einer, okay, die Zufall zur Rennstrecke ist gesperrt, können wir die Streckenposten abfragen? Da ist noch was. Sind wir soweit? Frage an die Streckenposten, wie schaut das mit der Sicherheit, mit den Sicherheitszeichen? Sicherheit ist gegeben, ich übergebe an den Starter. Das sind Top-Rennfahrzeuge. Da sind hier top vorbereitete Fahrzeuge, und da ist keiner dabei mit 185 PS oder so. Jetzt haben wir den weiterentwickelt. Aha, praktisch, knapp. Übrigens hat uns auf unseren Notarzt jemand eine Ladung Dreck geschickt. Hat sie sich selber dran. Aber du vertragst dich schon, oder? Sauberblatt. Das kriegen wir schon, oder? Bleibt noch stehen da. Ja, weil das rausgekommen ist. Ja, weil das rausgekommen ist. Das ist schon klar. Bei mir ist es wichtig, dass ich das rausgekommen bin. Was haben wir jetzt für Probleme? Ich habe jetzt auch keine Ahnung, auf was wir warten. Hörst du da unten zurück? Das ist schon klar. Und so bis zum 2. Blatt sitzt du. Sein geht's? Das ist in der Südbegräse. Die Drohle steigt hoch und will ja. Ja, was macht man denn da drüben? Wir können wieder Frage an die Streckenposten. Haben wir Sicherheit? Bitte ums Sicherheitszeichen. Sicherheit ist gegeben. Rehe frei. Also, die sind jetzt da. Die Reine macht den Gaben. Abends ist das noch nicht in der Steckenposten. Kommt mal schon. Ich bin da dran. Hier wurde aus einem einem Vertrag. Wir haben hier in der Karte bereits ge incentriert. Hier wird der Verkaufsortet. Ja, ich터리로 von der Vorstellung. Der Verkaufsortet fährt und haben die Romababförderung. Das ist das Thema Anglein, hat er sich eigentlich schön, dass er so nicht weiß? Er hat sich schön anglein, weil der Chips hier dann aufmacht. Da kann man nichts sagen, das darfst. Es geht weiter, Frage an die Streckposten, stopp, 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 langsam, es pressiert ganz langsam. Ich weiß aber auch nicht warum. Nein, da war der Sportkommissar, ich weiß aber auch nicht warum. Das Fahrzeug muss ein bisschen zurücksetzen, um sich keinen Vorteil verschaffen zu können. Aber jetzt ist er drühtasch oder so? Nein, vierter. Vierter. So, Frage an die Streckposten, haben wir Sicherheit? Bitte Sicherheitszeichen. Sicherheit gegeben, Rehe frei. So, diese Streckposten. So, das war's für ein paar Wiener. So, das war's für heute, Hasan. So, jetzt bin ich geiler. So, jetzt bin ich dann. So, ich bin two. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt bin ich hier. Rundfunk Ja, 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 ja. Vielen Dank. Der Simon Engelbrecht sagt mir gerade, er möchte vom Wasserfass abgespritzt werden. Wir können weiterfahren, bitte um das Freizeit, Sicherheitszeichen der Streckenposten. Sicherheit gegeben, Regen frei. Ja, zwei vorne. Hat das einer gesehen, hat sich das selber drauf oder nicht? Ja, selber drauf. Komisch. Walter hat sich hergestellt. Bitte um das Freizeit der Streckenposten, Sicherheitszeichen. Sicherheit gegeben, Regen frei. Bitte um das Freizeit. Same. Na, na, na. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Es ist leer. Tobi. Evangelium können hier nicht mein Herzschläge. Er ist leer. Tobi. Hörtt. Hörtt. Es ist leer. Es ist leer. Er ist leer. Rande aus, Rande aus, Ende. Es ist vorbei, Leute. Danke, Leute. Wir haben die Siegerliste von diesem Lauf. Platz Nummer 9, Start Nummer 594, Josef Buchmeier-Dingolfing. Platz Nummer 8, Start Nummer 371, Erich Eberl aus Grüntal. Start Nummer 675, hat den siebten Rang, der Christopher Eckel aus Landshut. Platz Nummer 6, die Start Nummer 937, der Stefan Schnoll von den Kätz. Platz Nummer 5, Start Nummer 544, Flenkenthaler Roland, der Flenki, der Roli von den Running Tigers. Position Nummer 4, Start Nummer 829, der Herbert Hoffmann aus SZC Sola. Dann die Pokal-Ränge, Platz Nummer 3, die Start Nummer 590, Marcel Leserau vom SCC Tegelstab. Parkising, Platz Nummer 4, можно produzieren. Hier wird Platz Nummer 2, unser... choreography, fest